Letztes Spiel noch mal. Ich will noch mal ein Schätzchen. Nach Spielen hoch gewinnen. Nach Spielen hoch gewinnen. Ist es so weit? Ja. Gut. Na geht doch. Ich finde aber, vielleicht kann ich das Spiel hier veröffentlichen. Ja. Oh. Okay. Oh. Das ist ein Bild verrückt. Ist es ein Bild verrückt? Alles gut. Okay. Okay? Ja. Ist es das? Ähm. Jetzt geht es jetzt. Ja. Youngiger. Mann. 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 Nächste Woche Mittwoch wird für mich geholfen, das kann man nicht so stark sein. Ich kann mal an die Lippen informieren. Ich habe eine Trinung in den Bogen. Ich habe eine Trinung in den Bogen, aber ich bin hier spät. Ich bin hier spät. Ich bin hier spät. Die Stimmen sind 20 Uhr da. Hallo. Ja, Mann. Das geht auch. Jetzt kommen wir noch mal an die Lippen. Noch fertig? Ja. Ich bin hier von morgen mit 10 Uhr. Ich bin losgegangen mit Steuerung. Ich krieg die Lippen. Ja. Ich bin hier noch ein paar Trenze. So, gleich mal gleich tauschen, Fernseher, gleich gelegung, aufhänge nochmal ein, nicht die Garten und die Garten. So, gleich können wir da einmal die Garten. Hallo, vielleicht kann ich die Garten. Hallo, bist du hier? Und dann ist es da, ich habe mich noch ein bisschen gelegentlich. Ich habe mich noch ein bisschen gelegentlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Oh mein Gott. Ja! Ja! Das war das Dure. Das war das Dure. Das ist schon 6.400. Was?